Wie fügt man Textfelder in Word ein? Ich habe hier in der Schnellstartleiste mir sogar schon eine Schaltfläche zur Verfügung gestellt. Wie sowas funktioniert, habe ich in einem anderen Video gezeigt, wie man hier entsprechend die Schnellstartleiste anpasst und weitere Befehle hinzufügt. Man findet diesen Befehl aber auch unter Einfügen, bei Formen und hier haben wir dann das Textfeld. Oder hier bei den Standardformen Textfeld auswählen. Funktioniert wie bei den Formen, wenn man hier also entsprechend aufzieht, hat man ein aktives Textfeld und kann jetzt hier entsprechend den Text einfügen. Ja, was kann ich hier noch machen? Ich kann hier entsprechend auch eine Schnellformatierung durchführen. Hier wird der Text automatisch angepasst, der wird hier weiß, damit sich der besser hervorhebt. Schwarz bleibt der weiß. Das haben wir noch irgendwo, hier ist der Text wieder schwarz. Genau, ich kann hier auch entsprechend hier Veränderungen vornehmen, Spiegelungen, 3D-Drehungen, je nachdem, was ich hier eben brauche. Ich kann aber auch hier die Ausrichtung des Textes nochmal verändern. Auf die andere Seite, was leider nicht geht, ist, dass der Text auf dem Kopf steht. Ich kann aber dafür sagen, er soll oben mittig oder unten ausgerichtet sein. Wenn ich sage Mitte, dann kann ich hier unter Zentrieren den Text auch Mitte, mittig ausrichten. Ja, ich kann, wenn ich zwei Textfelder habe, ich füge hier mal nochmal eins ein, kann ich hier Verkettungen vornehmen. Also das eine Verknüpfung, dann habe ich hier so eine Gießkanne, klicke auf das nächste Textfeld. Und wenn ich hier entsprechend Text einfüge, dann sind diese beiden Textfelder praktisch verbunden. Also der Text, der hier keinen Platz mehr hat, wird dann automatisch in das nächste Textfeld übertragen. Ja, was kann man noch machen? Man kann natürlich, wenn man hier entsprechenden Blindtext hat, kann man die Textfelder so formatieren, dass sie entweder vor dem Text sich befinden. Ich kann aber auch hergehen, genauso wie bei den Grafiken und sagen, das Textfeld soll sich so verhalten, dass der Text drumherum läuft. Und dann ist praktisch hinter dem Textfeld kein Text mehr. Auch hier bei der Spiegelung, das wird ebenfalls beachtet, dass an dieser Stelle praktisch der Text verschwindet und um diese Form herum läuft. Ja, es gibt noch andere Textfelder, die sind schon vorformatiert. Unter Einfügen, Textfeld, hier habe ich das praktisch auch nochmal. Ich habe hier praktisch, kann ja weitere Textfelder einfügen. Das darf jetzt nicht aktiv sein, dieses Textfeld, was hier schon drin ist. Ich klicke hier also nochmal außerhalb. Und hier, wenn ich jetzt sage Textfeld, dann habe ich hier unten den Befehl für normales Textfeld. Ich kann hier aber auch Textfelder auswählen, die schon eine Formatierung haben. Ich wähle hier mal dieses Textfeld. Und man sieht hier schon, dieses Textfeld ist eingebettet in eine Autoform, dass das hier aussieht wie so ein Klebezettel. Es ist schon eine Hintergrundfarbe drauf. Und ich brauche hier nur in dieses Formular reinklicken. Und wenn ich hier zu schreiben beginne, dann kann ich sofort in dieses aktive Feld meinen Text einfügen. Und ich brauche hier nur in diesem Textfeld. 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 Vielen Dank.